herzlich willkommen wieder zur aquaristik mit aquarien heute mal andersrum gedreht und worum geht es heute ich muss mich bei euch bedanken wir haben es tatsächlich geschafft in etwas über einem halben jahr hier tatsächlich auf 1000 abonnenten anzuwachsen wir sind jetzt wahrscheinlich schon wieder ein bisschen drüber aber erst mal mega dankeschön das hätte ich selber nicht erwartet dass das so zügig geht da habe ich mir das ziel geschickt irgendwann ende des jahres mal auf 1000 zu sein und wir haben jetzt april also erwarte ich jetzt am ende des jahres natürlich 10.000 nein also das ist schon der wahnsinn ich habe damit nicht gerechnet und ja es passiert jetzt einiges wir benutzen das video jetzt natürlich erstmal hier wie gesagt riesen dankeschön an euch alle da draußen die diesen kanal hier irgendwie abonniert haben irgendwie feiern warum auch immer schreibt sie mal in die kommentare irgendwas mache ich anscheinend richtig mega auf jeden fall mega warum heute diese perspektive dass ich mal hier sitze auf jeden fall dass wir den cube mit drin haben weil da wird einiges passieren da wird als nächstes ein unboxing video kommen wo ich einige sachen von einer firma bekommen habe wenn ihr das natürlich nicht verpassen wollt bis dann kanal abonnieren wenn ihr da benachrichtigt wird glocke aktivieren und dort soll was im cube passieren ich hatte vor dort mein erstes aquascape einzubringen und das wird so halb ein halbes aquascape weil ich möchte da ein paludarium einrichten und für alle die nicht wissen was ein paludarium ist es ist halb terrarium halb aquarium das becken wird ungefähr bis hier nur mit wasser gefüllt sein oben ist ein terraristik bereich und ist aquaristik und da habe ich dann mit einer firma geschrieben die ich jetzt erwähnen werde es ist natürlich wieder jbl jbl hat mir da ein paar nette dinge zukommen lassen die ich jetzt aber nicht spoilern werde und jbl wird einfach mal voll auf ehrenbasis und verlinkt einmal youtube channel könnt ihr gerne mal ausschicken die webseite natürlich auch verlinkt auch noch mal da schon mal ein dankeschön an jbl weil die wissen natürlich was sie geschickt haben ja und da soll dann was passieren und das ganze muss noch ein paar dinge besorgen erfahrt ihr dann alles im nächsten video was ich tatsächlich vorhin erst aufgenommen habe und das nehme ich jetzt danach auf ich wollte das ich wollte einfach nochmal danke sagen das ist so meilensteigen auf youtube so 1000 abonnenten das ist ein fetter meilensteigen danach keine ahnung was seine nächste meilensteigen ist wir werden sehen also auch wenn 2000 wird es wieder danke video geben und vielleicht ich denke mal bei 5000 machen auf jeden fall hier ein fettes gewinnspiel kann man irgendwas schönes gewinnen da muss ich dann mit firmen quatschen was sie bereit sind so locker zu machen das haben wir schon öfters mal hingekriegt gewinnspiele auch geile sachen dabei gewesen und das nehmen wir auch wieder hinkriegen nettes kleines aquaristik paket bei 5000 abonnenten gibt es ein gewinnspiel ja auf jeden fall kurzes 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 video hier wird ein paludarium eingerichtet ein paar klamotten nun schon da erfahrt ihr dann im nächsten video dankeschön geht aber wirklich an alle abonnenten raus die da sind mega geil wenn du irgendwas hast video vorschläge wie gesagt irgendwelche geilen ideen was soll man machen was umsetzbar ist haus gern unten in die kommentare wenn du keine videos mehr verpassen willst kanal abonnieren wenn du benachrichtig werden wird auch die glocke aktivieren und wir sehen uns dann im nächsten video